Hallo und herzlich willkommen zur Sondersendung Festival on Air von Xenon TV. Ich befinde mich hier auf dem Potsdamer Platz und welcher Ort in Berlin könnte die Berlinale besser repräsentieren als dieser hier? Stars, Glamour und die angesagtesten Filme finden im Berlinale Palast ihr Zuhause. Doch auch der größte Meister hat mal ganz klein angefangen. Fernab vom Prunk des Potsdamer Platzes findet sich im Berliner Theater Hebel am Ufer eine weitere Rubrik der Berlinale, die Berlinale Talents. Hier bietet das Festival jungen Filmemachern einen Platz zur Weiterbildung und zum Kennenlernen an. Ich mache mich jetzt auf den Weg dorthin und schaue mir das mal ganz genau an. The Nature of Relations, so heißt das diesjährige Thema der Berlinale Talents. Es geht also um Networking, Networken und Networken. Über 300 junge Künstler treffen hier aufeinander, lernen sich kennen und tauschen ihre Erfahrungen untereinander aus. Wir von XenonTV haben uns mal bei den Besuchern der Berlinale Talents umgehört, was Teamwork eigentlich bedeutet. Außerdem haben wir mit der brasilianischen Filmteam der Miniserie The Nest gesprochen und gefragt, wie die das eigentlich mit dem Teamwork so handhaben. Und arbeiten auf die gleiche Initiative. Ja, Teamwork ist alles über die Beziehung der Zusammenarbeit. Teamwork für mich ist wie wenn du ein Instrument bist, um die anderen zu werden. Teamwork ist auch über Freundschaften. Ich mag auch mit Leuten, die ich liebe, als Freundschaften. Für mich Teamwork bedeutet, dass du dich bewusst bist, dass du dich nicht arbeiten kannst, bei dir selbst, dass du eine bestimmte Leute brauchst, um dich zu erreichen. Trust, Friendship, Community. Das Teamwork für die Participanten von Berlinale Talents 2016. Die brasilianischen Crew von der Serie The Nest kam zusammen zu zeigen, zu zeigen ihre lateste Arbeit als Team. Die Projekt war eine demanding Herausforderung für alle. Es zeigt, wie eine close-te Community hilft, um zu erfahren, um ein Film zu erreichen. Sehr gut, Bruno. Das ist mein Team. Und ich bin Marlen. General des Quartels. Er sind die Schöne, bei uns im neuen Freund Sauden war uns so ein Forum. Und er hat man den besten nach meinen Weg. Die Projekt sind die Möglichkeit. So, schreibe und, dass Sie die Liebe von der Leidenschaft bei uns! Die Folge das Leben in uns! So, schreibe und sprich um Myrgedächt von dem und unsere Leben auszunecken. Die Span搭'm! Die Musik von der Leidenschaft von der Shoe verabschlisten. Die Plasche ist ein A-Gerchen. Die Musik von der Einladung ist und wir haben. Die Momente in der Zwischen Union. According to this year's topic of Berlinale Talents' The Nature of Relations, we spoke about their cooperation on set. For me, I would go teamwork as like a collaborative process. That's the way I see it. We don't really generally go for this kind of teamwork that is just like coming from up down and like, yeah, like with the strong hierarchy. I don't know how to say the word, hierarchy, yeah. As a duo, me and Felipe work like doing everything together, like we don't split tasks or anything, like we just stay together and do everything like from the very start to the very end. It was really nice work and very intense and intimate at the same time. It was a big group, but it was very intimate. So that's actually a part of the idea of a collaborative process, I believe. One good work, great ideas, great ideas and the right work make a straight film out. If that's just so easy. Because without the right funding, it's the best idea not to be. Tanja war bei dem Panel More Than Honey, bei dem bedeutende Filmförderungen über die Finanzierung eines Filmes sprechen. Dort ist sie auf Malika Rabaalla getroffen, welche zum Team der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein gehört und sich deswegen tagtäglich mit den Anträgen der Filmförderung beschäftigt. Sie spezialisiert sich dabei auf internationale Co-Produktionen, TV, Kinder- und Animationsfilm. Wir sind jetzt bei Berlinale Talents und in ein paar Minuten werden wir mit director und producer Malika Rabaalla über Filmförderung. Hallo Malika! Hallo! Which films have been funded by you? So we do, of course, all the films from Fatih Sarkin. I'm sure you heard about him. It's a German director based in Hamburg. So we did Head On. Do you remember Head On? One maybe ten years ago at the Berlinale. But we do all sorts of films. Lots and lots of documentaries. So it depends. We do lots of international co-productions with Israel, with Turkey, with Denmark, with Scandinavia. So everything. You're a really international person. So what I like to ask you is, which trademark has the German cinema to you? Actually, I'm from France. My parents are from Algeria. I was living in the States and then I went to Costa Rica. So I'm watching movies from all over the world. And I like the German cinema very, very much. I know it's not very well known. It's a pity because we have very good directors. And our movies are travelling a lot, actually. But lots of them are saying it's not travelling to Cannes. But there's not only Cannes. There's more festivals than Cannes. I would love to see them more in international festivals. It's really nice what you say about German cinema. And what would you say, because you're into film funding, can money make sure for a movie to be good? No. They have to have good stories. And that's what I tell to my German people when I meet them. I say, you have to have a story which you really want to tell. And if you have this, it can work. But the money is not everything. So what is your advice to all the young filmmakers out there who want to get some film funding, for example? Maybe you should start with a short film to experiment, to see what is your language, what is your film language, what you can do. Because it's very nice for a commission when you are applying for a feature film and then they saw, oh, look, the two short films are very interesting and it has a special way of telling stories. So I always say to the talent, try first maybe one short film or two short films to show how you want to tell your stories. Thank you so much. The film 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 is a combination of technical knowledge and art and it is much more difficult than others think about it. And it can be done by the last step of the film film films to show and it's a combination of technical knowledge and art and is much difficult to think about it than anyone could think about it. Vor allem, wenn seine Lieblingsszenen am Ende doch nicht in das Konzept des Films passen oder man das Material eigentlich gar nicht verwenden kann. Darüber hat die Cutterin Susan Corder in ihrem Panel Kill Your Darlings gesprochen. Für den Schnitt im Dokumentarfilm For All Mankind wurde sie bereits für einen Oscar nominiert. Emilia hatte die Chance, mit ihr zu sprechen. Susan Corder ist Drehbuchautorin, Produzentin und Regisseurin. Aber besonders in der Filmbranche ist sie für ihre Editing-Skills bekannt. Bei dem Berlinale Talents spricht sie darüber, warum es wichtig ist, seine Darlings zu killen, also seine Lieblingsszenen aus dem Film rauszulassen. Und warum man beim Editieren seine Emotionen nicht ganz unbedacht lassen sollte. Wir schauen uns das genauer an. Ich bin für den Kill Your Darlings-Panel, weil es ein Dokumentarfilm ist, und ich bin sehr interessiert über die Charaktere. Ich wollte einfach einen Insight als Editor. Es gibt so viele Diverse Theorien über das Thema. Es gibt so viele Dinge, es muss komplett invisibel sein. Es gibt so viele andere, es ist eine Artform und eine eigene Merite. Editing in any choreografische Prozess, whether it's stage or film, ist einfach unglaublich wichtig für die Arbeit. Ich habe es zu verstehen, dass wir wirklich nicht richtig auf diese Regeln haben. Aber es ist tatsächlich mehr Fokus auf die Emotionen, die eine große Rolle, die eine Geschichte ist, wirklich. Ja. So, you're not only a successful editor, but also worked as a director and instructor of different institutes. How did this experience change your perception of editing? It expanded. I mean, it's an unfoldment. And there are different facets of the experience, story, performance, picture, sound. And it keeps on informing. One informs the other. It's very, for me, the whole process is very musical. How can you concept Kill Your Darlings could transfer these editing techniques to other films, for example directing? Well, it actually, Kill Your Darlings is a title, was an admonition that William Faulkner gave his writing students. And he told his students not to get attached to that one turn of phrase or that one paragraph that they really loved. Because by doing that, they will distort their writing and their story by trying to hold one thing up. So it comes from a writer. Of course, in film, it's a little bit more expensive. So Danny Boyles, he takes his favorite shot and he's a very visceral film director. He's like the Martin Scorsese of this generation. So he doesn't really storyboard so much. He goes out there and he feels it. And he takes his favorite shot and he actually puts it on the side and says, I'm not going to use it now in the editing room. Also ich habe heute wirklich sehr viel von Susan Corder gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass 50% beim Schneiden eher emotional sind und dass man doch nicht so sehr auf Continuity aufpassen sollte. Aber die anderen lernen bestimmt auch noch ganz viel bei der Berlinale. Eine spannende Woche voller Workshops und Vorträge geht zu Ende. Und vielleicht seid ihr jetzt auch motiviert, euren ersten Film endlich anzugehen und wir sehen uns nächstes Jahr bei der Berlinale Talents wieder. Wer noch nicht genug hat von der Berlinale, der kann gerne in unsere diesjährige Sondersendung zur Berlinale reinschauen. Julia und Uli waren für euch unterwegs und haben Filmkritiker, Fotografen und Schauspieler begleitet. Mir hat das auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, wenn wir von dort wieder für euch berichten. und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, und ich freue mich schon auf Seelsüchte Festival im April, und ich freue mich schon auf Seelsüchte, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020